Hey, hey, hey. Ich bin erschüttert, sauer, Fuchs, Teufelswild, weil Among Us mich handicappt, indem meine Morfligenrolle nicht funktioniert. Was genau in der Runde passiert, das seht ihr gleich selbst, wenn ich denke, boah, Vleska, bist du aber übers Ohr gelegt worden. Wie sagt man das? Ist mir egal. Viel Spaß bei der Runde. Lass gerne ein Abo da. Tschüss. Gut, 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 gut. Ja. Ich bin mal ein Dichter. Hast du schon mal überlegt, das vielleicht professionell zu machen? Ja. War meine Alternativkarriere. Ich bin im Post. Viel Spaß. Hab ich geklaut, das ist irgendwie auch im Gefängnis jetzt. Okay, find ich gut. Ach, was hat Vivi jetzt eigentlich angestellt im Meeting? Ich hab mich vergesst. Ich dachte, irgendjemand wäre es hier gewesen, weil er gesagt hat, der ist eine Sekunde vor Kill gestorben. Ah. Hat er Themen, oder? Wer hat das gegessen gerade? War das Onkelchen? Irgendwer hat aufgegessen. Onkelchen oder Tim? Ah. Ich dachte, mir auch. Hab ich auch gesehen. Unter mir, äh, lol, wo ist, Vivi, Vivi getötet. Da hat jemand gegessen. Wer ist in Cam gerade? Äh, ich bin gerade in Cam. Ich hab Tim Horrors gerade rauslaufen. Und noch, ja, ich rede ja auch gerade. Ja. Vivi ist aber schon länger tot, ne? Ich bin in die Cam gegangen. Dann bin ich rausgegangen. Dann ist vielleicht noch in den Wend gesprungen. Und dann hab ich gesehen, wie Vivi da lag. Dann bin ich zum Button gerannt. Tim, kannst du bitte nochmal kurz drüber nachdenken, wen du gesehen hast? Weil ich bin auf der rechten Seite, äh, und ich hab in Cam sicher niemanden getötet. Tim Horrors, ich hab ne Frage an dich. Ich bin voll bei dir, weil das klingt nach ner sehr, sehr guten Theorie. Ja. Ähm, aber warum läufst du weg und reportest nicht? Wer hat dich da weggejagt? Ich wollte dem Killer noch hinterherrennen. Aber der ist doch in den Wend gesprungen. Ja, aber wenn er im Wend gesprungen ist. Ich hab gehofft, der kommt dann irgendwo raus. Am Admin-Table. Ich bin mit, äh, Sakuri am Anfang Richtung Lab gelaufen. Ich bin runter, hab meine Labyrinth-Task gemacht und bin jetzt zur Lifeline und runter in Admin. Also, das, was Tim sagt, stimmt nicht. Ich weiß nicht, ob du die verguckt hast oder ob ich gemorpht wurde. Aber ich bin sicher nicht bei Camps. Also, wir können, glaube ich, festhalten, dass die Mörder die Reptiliden sind, oder? Wenn die in die Wends springen. Die was? Nochmal? Achso, wegen deinem, äh, Aluhut. Ich werd auch nie in Wend für jeden Kind dabei. Sicherheit. Wenn du das Kind beschützen willst, vielleicht. Das Problem ist, wir müssen jetzt voten. Das kann auch schon Taro sein. Nee, ich war die ganze Zeit in, äh, Communications mit Lomenti. Ja, stimmt, ja, stimmt. Lomenti war auch da und Mr. Voldemort war unten in Weapons die ganze Zeit. Ja, ich war auch da, hallo. Ja, du warst auch da, das stimmt. Hallo. Ich war unten in Spaceman. Aber wer, vielleicht kriegen wir noch heraus, wer dich gemorpht haben könnte, Chris. Ach nee, niemand hat ihn gemorpht. Er spielt das einfach halt nur, aber niemand glaubt ihm. Wer hat dich denn noch gecrossed, Chris? Naja, nach seiner Version hab ich ihn hier gecrossed, aber ich hab ihn ja nicht gesehen, wie er runtergelaufen ist. Nee, 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 nee. Das ist die erste Runde. Ich hab jeden gecrossed, weil ich am Anfang oben links bei der, bei der Raumschrift-Task stand. Ja, das würde man sagen, um die, 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 die... Ach, Chantau, jetzt halt doch mal den, den Rand. Ich glaub dir das nicht, wirklich, gar nicht. Ich war und Freddy. Ja, gut. Du bist ja Chantau immer jetzt am Anfang killen. Bist du eh tot, Junge. Ich bin Sheriff, ich hau dir jetzt um. Oh. Oh. Wait, what? Ich war nicht, ich war nice gestern tatsächlich, also ich bin tot. Oh nein. Aber du hättest doch Chris auf, äh, ja, aber er kann ja... Chris auf Morphling machen können. Nö. Hat er gerade gesagt, du hättest Vlesk auf Morphling machen können? Merkt Tim, wie wenig Sinn das ergibt? Also ich weiß, dass... Ich weiß, dass ordentlich ein Vulture ist, aber das ist relativ easy. Wie schnell ging das denn? What the fuck? Das ging schitzig. Ja, da haben die Reptiloiden ihn wahrscheinlich erwischt. Das stimmt. Ich hab's genau gesehen, die haben ihn weggeschliffen. Also die letzte Person, die ich hinter Franz gesehen hab, war, glaube ich, äh, Vater und Kind. Aha. Wo liegt der, Franz? Wo liegt der? Äh, beim Bäumchen. Wo? Oha. Mhm. Sorry, wo? Beim Bäumchen. Beim Bäumchen. Beim Bäumchen wechselt ich. Dann hab ich grad einen Morphling gesehen. Beim... Oh, okay. Beim Baum liegt der Kill? Ja. Wisst ihr, was ich gesehen hab? Ich hab gesehen, wie ein Franz aus dem Vent und der Electrical geschwungen ist und nach rechts gelaufen ist. Ja, 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 ich war in der Cam, äh, Ongelchen ist mit Franz runtergelaufen in Autour. Wenn ihr Franz gesehen habt gerade und Franz reported wird, dann ist, äh, dann ist Tony Morphling. Okay. Aber ich bin doch gerade eben erst reingelaufen. Ach, okay. Ich bin von oben reingelaufen. Und dann kam... Du warst nur in der letzten Runde. In der letzten Runde war ich, äh, in Cam und hab Tim Hoos weglaufen sehen. Bist du dir sicher? Ja. Tim? Ich hab Ongelchen zu Cam rennen sehen. Aber es kann auch sein, dass er halt weggewendet ist, dann ist der Morph weg gewesen und dann ist er einfach wieder reingerannt in den Electrical. Geht er auch. Okay. Also, könnte man ja machen, theoretisch. Ja. Hast du jetzt einen Spaceman reported oder einen Baum? Aber Onkelchen kann ja nicht der Morph sein, weil, oder denkst du, er ist ein Morphling? Linke Seite, Baum. Ja, muss ja, weil ich stand gerade im Cam und ich weiß, dass Franz, Franz und Onkelchen waren gerade bei mir und die sind beide nach unten gelaufen. Aber ich hab ja gerade den Morphling Franz unter Storage gesehen. Das heißt, wenn der am Baum liegt, dann kann... Oh, dann war Franz vielleicht Bait. Hat Franz ja auch am Anfang gesagt, er ist... Oh, scheiße, schon wieder Bait. Aber so weit kann der Laufen? Ja, eigentlich nur zwei Sekunden. Da musst du schon schnell sein für... Oh, ich weiß nicht, das ist ganz schlecht gerade. Ganz wild. Ich würde sagen, wir skippen. Also, Fad war gerade auch noch in der Auton. Hast du noch was gesehen? Ist doch kein Button, oder? Ja, Chantau, holt mir mal raus. Nee, ist kein Button, Tim. Den haben wir nämlich schon aufgebracht in der ersten Runde. Ah, scheiße. Wer war das? Warum haben wir eigentlich in der ersten Runde einen Button gemacht, wenn neben dir gekillt wurde, Tim? Er wollte die Leiche verschwunden lassen. Ich wollte... Das ist eine Frage, wurde gefressen. Ich wollte zum Button rennen. So. 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 Warte mal, war... Ich meinte natürlich so. Nun. So. War Tim? Ist Tim wohl schon? Tim ist vulture. Klar. Ich dachte, das war ordentlich Sinn, aber es war einfach nur Tim. Naja, hat er selber gegessen und ist dann zum Button gelaufen, mich zu verpetzen? Wie lame ist das denn, Tim? Das finde ich nicht gut. Mist? Ich war mir nicht. Ich war über dakika. Ich war über caß. Hey? Ja, ich futter gern, ich futter gern, ich futter gern und ich hab die düngste Ausrede zum Anfang verwendet. Natürlich kann ich, muss ich zum Button reffen. Ich fand das so, wenn ich dachte nicht, dass du Vulture bist, also ich hab am Ende dann schon gerafft, dass du Vulture warst und nicht. Für mich war gerade 50-50 zwischen Voldemort und Tim Horus, weil beides Leiche gelaufen sind. Tim Horus hatte mein Film. Ja, ich hätte es dir sagen können, dass es Tim Horus ist. Danke, Voldemort. Ich stand gerade neben der Leiche, ich wollte noch reporten, bevor Tim Horus die auffrisst und ihn wollte ich dann rausgessen in der Zeit. Aber du musst mal drüber nachgedacht, also ich bin als Bart gemorft in Wendgift übrigens, ich weiß nicht, wie du mich da gesehen hast. Ich war als Bart gemorft und bin in Wendt rein, ich weiß nicht, ob das ein Bug war. Nee, ich hab mich auch als Bart gesehen. Er isst die Leiche und dann läuft er zum Button, um mich zu verpetzen. Jo! Das war sehr lustig. Ich hab mir dann, ich hab ja gar nicht drüber nachgedacht, dass die Frage kommt, warum reportest du mich? Oh Gott, Katastrophe. Ich dachte, das Onkelchen hat neben dir gefressen und du bist halt einfach zum Button gelaufen, aber hab dann gar nicht weiter drüber nachgedacht, weil er stand auch in der Kind danach. Ja, genau. Für diese dreiste Einschuldigung gibt's gleich eine Preiserhöhung. Oh nein!